So Leute, herzlich willkommen, ich bin es wieder der 78er für euch. Ihr seht hier schon meinen Frischwassertank. Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, wo ich die Aktion durch meine eigene Dummheit, dass ich quasi bei der Heizung einen Strom nicht eingeschalten habe, die wurde auch nicht gegangen ist, habe ich euch gesagt, die Pumpe ist kaputt, meine Pumpe für den Frischwassertank. Das war nicht so. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man es ausbaut. Die Pumpe geht, es ist lediglich die Sicherung durchgewinnt. Normalerweise schaut man halt immer als allererstes Mal, wenn irgendein technisches Gerät im Wohnmobil nicht geht, dass man die Sicherung anschaut. Ich sage es immer an jedem, selber habe ich es nicht angeschaut. Das sind so wieder so typische Fehler und habe ewig einmal angesucht, was könnte es sein, ist die vielleicht heiß laufen. Ganz am Schluss bin ich dann draufgekommen, schaust du vielleicht an die Sicherung und sehe da, die Sicherung mag kaputt. Ist mir halt wieder einmal ein Blödsinn passiert, aber macht nichts. Ihr wisst es auch selber, wie es ist. Ich zeige euch jetzt, wie man es ausbaut. Ich wollte schon immer eine stärkere Pumpe haben für das Frischwasser. Und jetzt bauen wir erst einmal die aus. Wenn ihr jetzt hier so eine neue Pumpe einbauen wollt, dann schaut das nicht so aus bei euch, sondern bei euch kommt hier noch die Anschlussleitung raus, die wo dann da hinten hingeht. Das habe ich jetzt schon einmal rausgezogen. Ich will es jetzt für das Video nicht nochmal reinfädeln. Das ist ganz einfach. Ihr macht hier hinten die zwei Klemmen auf. Da ist ein blauer und ein brauner Draht. Einfach die abstecken. Die gehen nämlich dann durch dieses Loch da dahin durch. Ja, das zieht ihr dann natürlich bloß auf. Ihr schraubt es also hier quasi auf. Zeigt dann hier eure Pumpe raus. Ja, da kommt jetzt bei mir das Kabel mit raus. Das, wo dann bei euch da oben rausgeht. Ja, da habt ihr außen hier die Pumpe. Ja, dann legt ihr es einfach mal da hin. Ich zume jetzt einmal rein, damit ihr es ein bisschen besser seht, das Ganze. Ja, so dann habt ihr eure Pumpe hier liegen. Ihr habt es also in der Regel, bei meinem, ich traue es größer so, zwei Teile. Einmal, jetzt fahrt ihr mal, ich gehe mal so, wie ihr das am besten seht. Habt ihr hier den Schlauch. Ja, das Frischwasser läuft ja so. Diese Verbindung hier und die Pumpe mit dem Kabel. Ihr müsst hier erst einmal rausziehen. Zack, hoppala, das sind hier so Spangen. Die haben eine Sicherung da, damit ihr nicht runterrutscht. Die legt ihr euch am besten hier rein. Und hier unten nochmal das gleiche. Rausziehen die Sicherungsspanne. Ja, und da reinlegen. Und dann zieht ihr einfach so an. Und jetzt habt ihr hier die Pumpe gelöst. Und dann zieht ihr hier den weißen Zahmendrucker und anziehen. Und dann habt ihr den. Den, sorry, dass ihr es immer wieder aus der Kamera rausgeholt, den hier hebt ihr euch jetzt auf. Ihr achtet aber darauf, wenn ihr den wieder einbaut, die umgekehrte Reihenfolge. Hier ist nämlich ein Pfeil. Das heißt, der Pfeil, da jetzt sieht man es, Frischwasser fließt immer so. Ihr könnt das jetzt nicht zum Beispiel hier so an die Pumpe anschließen, sonst funktioniert das nicht. Da bringt die Pumpe nichts raus und wird dann letztendlich bloß kaputt. Also wirklich immer darauf achten, wo der Pfeil ist. Das ist die Fließrichtung. Also hier Pumpe, pumpt das Wasser da oben rauf, dann quasi in den schwarzen Schlauch rein. So, das lege ich jetzt auch mal da her. Dann haben wir hier die Pumpe. Ja, das ist meine alte Pumpe. Ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus, weil sonst seht ihr es nicht schön. Das ist meine alte Pumpe. Die hat jetzt leistungsmäßig, hier kann man es sehen, Mensch, ich treffe halt immer die Kamera nicht, 19 Liter, 1,1 Bar. Ja, das ist meine Pumpe, die wo jetzt auf Ersatz hinten immer in die Heckgarage rein geht. Die geht. Ja, ihr habt da unten auch gar nicht gefüllt da drauf, den könnt ihr mal aufmachen, wenn da was verstopft wäre. Könnt ihr das hier reinigen, steckt ihr das wieder drauf und fertig. Die wandert jetzt bei mir hinten rein in die Heckgarage. Ja, das heißt nämlich, ich habe jetzt endlich eine auf Ersatz. Ich wollte mir immer schon eine kaufen. Jetzt habe ich endlich eine auf Ersatz. So, das ist die alte Pumpe. Okay, jetzt zeige ich euch einmal die neue. Die ist ein bisschen leistungsstärker, ob sich das dann letztendlich rentiert, damit man die Pumpe wechselt, weil man mehr Leistung haben will. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So Leute, bevor ich jetzt die neue Pumpe einbaue, habe ich jetzt einmal reingezoomt in das Loch quasi, wo die Pumpe da hinten ist. Seht ihr da unten einen Kalkbelag. Das ist jetzt einmal die Zeit, damit ich euch das zeige. Der Tank ist nämlich ausgetrocknet. Er ist jetzt circa zweieinhalb Jahre im Einsatz. Den Kalkbelag, der ist unten im ganzen Tank drin. Das ist eine ganz dünne Kalkschicht. Den werde ich dann erst einmal sauber mit einem feuchten Lappen komplett rauswischen. Wenn man sowas schon einmal macht, dass man den offen und die Pumpe raus hat, kann man den einmal richtig sauber mit einem feuchten Lappen rauswischen. Das ist so eine Kalkablagerung. Somit spart man sich schon das Entkalken. Das kann man also wunderbar wegwischen. Ich werde mit dem Finger gerade drüber gegangen, wo der ganze Finger weiß, das ist also so eine richtige Kalkschicht. Die werde ich also dann raus machen. Ich wollte euch bloß einmal sagen, schaut es da einmal rein, wenn der Tank trocken ist nach dem Winter, ob es sich heraus so eine Kalkschicht drin hat, dann einfach rauswischen mit einem feuchten Schwamm oder mit was. So, und jetzt zur Veranschauligung. Seht ihr jetzt einmal die alte Pumpe liegen? Das ist hier die alte Pumpe und das ist die neue. Die ist also nur minimal stärker. Ihr seht sie also hier, die Leistungsdaten bei der alten Pumpen 19 Liter pro Minuten 1,1 Bar. Und die neue Pumpe, da steht ein High Power Pressure Pump drauf. Ich glaube nicht, dass sie viel bringt. Seht man hier, 22 Liter pro Minuten 1,8 Bar. Ist also nicht wesentlich mehr. Das Einzige, was ich will, dass wie gesagt, wenn ich meine Toilette nicht runterspüle und das Wohnmobil steht ein bisschen schief, dass quasi der Wasserstrahl quasi einmal rundherum kommt. Das werden wir aber dann ausprobieren. Ich werde euch das dann auch sagen, ich habe ja eine Heckdusche im Wohnmobil und da werde ich euch dann auch sagen, weil die war ja schon ziemlich, die hat ja wirklich nur rausgebieselt. Also da werde ich aber dann sagen und werde euch das dann auch zeigen, ob es sich rentiert, damit man überhaupt eine Stärke anbaut. Das bietet sich jetzt an. Ich habe ja gedacht, die ist kaputt. War natürlich jetzt letztendlich nicht kaputt. Jetzt baue ich gleich eine Stärke anbaut. Dann habe ich zumindest eine auf Ersatz. So Leute, jetzt ist es ein bisschen später. Jetzt ist Sonntag in der Früh und jetzt bin ich gerade einmal alleine daheim. Das muss ich jetzt nutzen. Jetzt schauen wir einmal da auf. Und jetzt werden wir erst einmal den Tank auswischen. Da sieht man also von da schon her, dass da wirklich viel Belag drin ist. Ich werde ihn jetzt einmal so gut wie möglich rauswischen. Ich habe mir hier schon einen Kübel hergekriegt, mit einem Schwamm und heißem Wasser. Ich wische das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, das bietet sich jetzt an. Der Tank ist leer und komplett ausgetrunken. Das kann ich aber so einmal an jedem von euch empfehlen, dass ihr das macht. Und dann bauen wir hier die neue Pumpe ein. Dann schauen wir einmal, was die bringt oder ob es überhaupt wert war. Im Endeffekt ist es ja ganz egal, ob es was bringt. Wichtig ist, dass ich dann eine auf Lager habe. Und ein bisschen stärker wird es auch sein. Also ich werde euch das jetzt nicht natürlich zuschauen lassen. Das dauert jetzt mindestens eine halbe Stunde, weil da muss man dann mit der Hand trennen und bis man dann überall gescheit hinkommt. Aber da schauen wir jetzt einmal. Also ich mache jetzt einmal das sauber. So, jetzt habe ich das schon einmal ein bisschen sauber gemacht. Ja, wie man da sieht, das ist eine richtige milchige Brühe. Es war jetzt anscheinend alles Kalk. Das ist jetzt auf jeden Fall erledigt. Die Sonne scheint jetzt auch draußen. So ist damals das Wohnmobil ein bisschen in die Sonne gefahren. Und jetzt kümmern wir uns einmal hier um die Pumpe. Die wollen wir jetzt einmal raus. Das habe ich euch auch gezeigt. Das ist jetzt hier die Neue von Reich. Das ist ganz einfach. Das kann ja jeder. Ihr habt nämlich nur zwei Möglichkeiten, dass ihr das Stromkabel anschließt. Ja, einmal blau und einmal braun. Die haben teilweise vom Werk aus verdreht angeschlossen. Das heißt dann, die Pumpe hat weniger Leistung. Hier einfach einmal kontrollieren und unten dann bei den Anschlüsse schauen. Ist mir jetzt anscheinend schon öfter vorgekommen, dass diese Pumpe vom Werk aus verkehrt angeschlossen worden ist und deshalb weniger Leistung gehabt hat. Dann könnt ihr am Anfang schon einmal ein bisschen die Kabel zurechtbiegen. Wie gesagt, da unten ist ja so ein Filter drin. Den könnt ihr dann auch ab und zu einmal im Laufe der Saison prüfen, nicht, dass er dreckig ist oder so und die Pumpe deswegen nicht richtig saugt. Jetzt schaue ich mal kurz, dass ich die Kamera kurz anders umstelle, dass sich das ein bisschen besser sieht. So, heutzutage, jetzt habe ich es einmal ein bisschen gemacht, dass ich es vielleicht ein bisschen besser sieht. So, das Erste, was ihr jetzt macht, das ist, ihr nehmt jetzt hier das Kabel und fieselt es einmal da durch, durch den Propfen da da quasi, dass das dann quasi wieder dicht wird. Seht ihr, das ist jetzt schon erledigt. Das fieselt es jetzt da durch und fieselt es einmal ein bisschen raus. Ja. Das darf, dass euch da nichts kaputt macht. Das ist nämlich alles nicht gerade stabilist, ich zeige. So, das fieseln wir jetzt da mal ein bisschen durch. So, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zweit. Jetzt habt ihr es durch. Ihr seht, hier kommt jetzt der Stromanschluss raus. Da haben auch eine normale Anschlüsse. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Das ist kein Hexenwerk. Jetzt nehmt es wieder da euren Verbinder und achtet jetzt wieder da drauf auf den Pfeil, dass der Pfeil zum Schlauch hin zeigt. Ja, das könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Ihr pustet jetzt einfach einmal eine und auf diese Seite, wo der Luftstrom quasi durchgeht, das ist dann das, was bei euch in Schlauch und dann so eure Versorgungsleitungen geht, ja. Wenn es da rein pustet und es geht nicht durch, ob das verkehrt macht, aber ganz einfach. Der Pfeil muss immer zum Schlauch hin zeigen, ja. Dann steckt es das da auf. Hier einmal, zack, Affe-Stecker. Wichtig ist, da hat es dann gleich eure Sicherung rein. Der gehört da auf gesteckt. Das ist quasi die Sicherung, dass es nicht rausfällt. Und dann installiert ihr die Pumpe selbst. Auch ganz einfach, die steckt es einfach da rauf. Leute, kurzer Tipp, wenn ihr es nicht raufbringt, zieht es die Pumpe raus, macht es die Sicherung rein und steckt es dann die Pumpe rein. Dann ist das Ganze erledigt. Jetzt schau ich mal selber, dass ich einen Pfeil richtig verwischt habe. Genau, weil manchmal erzählt man es ja die Leute und dann macht man es selber falsch. Das war es eigentlich, Leute. Jetzt habt ihr eure Frischwasserpumpe noch. Jetzt zieht es euch noch euren Schlaghauser beziehungsweise euer Kabel, euer Leitung und dann schaut das Ganze ja so aus. Jetzt ist die drin, die Pumpen. Jetzt hast du das nur so eine Stecker, verbindungsfrei. Jetzt passt es auch, jetzt muss ich da noch schauen, dass ich das da selber auch verbringe. Also das ist ganz einfach. Das kann ja jeder, der wirklich nicht so begabt ist, so eine Pumpe kann man ja jederzeit unterwegs wechseln. Das ist überhaupt kein Akten. Jetzt macht es euch da keine Sorge. Dann steckt man die Pumpe da wieder rein. So jetzt. Und schrauben wir da fest. Ja. Schön anziehen. Fertig. So jetzt. So, neue Pumpe drin. Passt. Und jetzt machen wir noch kurz einen Strom. Da werden jetzt viel für euch gleich Angst haben. Überhaupt nicht, Leute. Das ist total einfach. Wichtig ist, dass das sauber zugezogen ist. Jetzt nicht, dass da nichts mehr wackelt. Passt. Jetzt bau ich mal schnell eine Kamera um und zeige euch noch kurz einen Strom. So, Freunde. Jetzt macht man noch kurz den Stromabschluss. Ihr seht es da ganz einfach. Ich habe es hier. Ich muss mir jetzt ein bisschen über die Kamera beugen. Es ist ein bisschen kompliziert. An blauen und an braunen. Und genau so steckt es das zusammen. Es sind sogenannte Vago-Klemmen. Ihr kennt wahrscheinlich auch die meisten von euch. Macht es jetzt da auf. Zack. Ganz aufmachen. Na. Jetzt halt. Und das gleiche macht es beim braunen. Natürlich auf der Seite, da wo nichts drin ist. Aufmachen. Einmal braun dann von unten rein. Ein und schließen. Seht ihr es? Und dann den blauen rein. Tut mir leid, dass ich die Kamera die ganze Zeit bewege. Aber es geht halt nicht anders. Blau rein und schließen. Fertig. Und das war's. Und somit habt ihr jetzt hier euren Strom für eure Pumpen auch schon fertig gemacht. So, wenn ihr jetzt noch mal ganz fertig seid, seht ihr, dass noch ein bisschen ein Kabel überbleibt. Das könnt ihr jetzt machen. Wird ihr das wollt? Entweder nehmt ihr euch Kabelbinder. Und könnt ihr das da mit den Kabelbinder zusammen machen oder nicht. Oder macht es gar nichts. Das muss ja jeder selber entscheiden. Ich mag es jetzt einmal mit den Kabelbinder zusammen. Und dann passt das. Dann ist das ein bisschen sauber aufgeräumt. Dann noch hier unseren Deckel drauf. Und dann ist der Frischwassertank fertig. Jetzt könnt ihr wieder in Urlaub fahren. Jetzt könnt ihr ihn auffüllen. Ich fülle ihn jetzt einmal auf. Also davor müsst ihr natürlich da zuschauen. Ich fülle ihn jetzt einmal auf den Tank. Und dann schauen wir einmal bei der Heckdusche, dann tue ich das ganze Wohnmobil unter Wasser setzen, will ich immer sagen. Dann schauen wir einmal, ob es die wirklich mehr Druck hat oder nicht. So leid. Ich habe ja die Sicherung quasi, die ist vor der 5 Ampere Sicherung. Also die da, die war ja durchgebrannt bei der Pumpe. Also die hätte ja eigentlich gar keine neue gebraucht. Im Endeffekt ist es aber jetzt egal, weil ich wollte sowieso schon immer einen Versatz haben. Jetzt habe ich bei Amazon gleich mal hier so ein Pack gekauft mit mehreren Sicherungen. Ja, wenn ihr es her schaut, da sind viele Sicherungen drin. Und ich kann euch nur empfehlen, sogar so ein Zieher ist dabei, wo man Sicherungen ziehen kann. Ich würde euch empfehlen, dass ihr sowas auch immer ins Wohnmobil reingelegt. Wenn ihr es auch selber vielleicht nicht braucht, aber auch einen Campingplatz braucht immer irgendwer mal eine Sicherung. Somit kann man zumindest ein Aushelfen, wenn es einmal wirklich der Fall sein sollte. Die kostet bei Amazon, was weiß ich, 9 Euro, ich weiß es gar nicht genau. Ich verlinke es euch trotzdem unter dem Video von dem Fall der Völle, dass einer sowas braucht. Gibt es ihn kleiner, gibt es ihn größer, da sind nicht 60 Stück drin. Ich glaube, das reicht, wenn man sowas hat. So, ich habe jetzt die Kamera ausgebaut. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen wackeln, dass hier das 666 heißt, hier ein Elektroblock und da könnt ihr ja schon lesen, Pumpe. Hier, die erste Sicherung für eure Pumpe, die ist gleich am Anfang vom Elektroblock. Für den Fall aus, das wäre sicher, sollte steht aber auch hier Pumpe. Da bauen wir jetzt einmal die 5 Ampe, dann schauen wir mal, ob sich was rührt. So, jetzt hat's, Ding ist eingebaut. Sicherung, ich lege jetzt einmal mein Mikrofon schnell auf, dann schauen wir mal, ob man was hört und ob die Pumpe überhaupt funktioniert. Ich lege jetzt mein Mikrofon einmal da hin. Dann machen wir mal 12 Volt an. Funktioniert. Also, ihr habt es selber gehört, die Pumpe funktioniert wieder. Das heißt, Frau hat Wasser im Wohnmobil und kann auf die Toilette gehen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt füllen wir das Wasser auf und dann schauen wir mal, was die so mehr Druck bringt. So, mein Wohnmobil ist jetzt unter Wasser gesetzt und die neue Pumpe ist drin. Und ich kann euch gleich anschauen, spart's euch das Geld für eine stärkere Pumpe. Kraft's euch wieder diejenige, die wo serienmäßig drin ist. Also, schaut's mal her, da ist gar keine Veränderung nicht da. Seht ihr das? Also, wenn's so gar nicht nur schlechter ist wie bei der Originalpumpe. Also, wie gesagt, das Geld könnt ihr auch definitiv sparen. Ich mache jetzt nochmal in der Küche auf. Ja, also da ist, egal wo, kein großer Unterschied zu merken. Das System ist aber jetzt wirklich komplett entlüftet. Also, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn's ein Problem mit einer Wasserpumpe habt, dann spart's euch das Geld und kauft die Originale. Spart's euch die 20 Euro, was die mehr kostet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke überhaupt keinen Unterschied, dass es stärker ist. Mir kommt's teilweise sogar vor, wenn's ein bisserl schwächer wird, ja. So, Leute, ich revidiere alles, was ich gerade gesagt hab. Ich bin jetzt total verwundert, was jetzt wieder passiert ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Durch das, dass die Pumpen ja sehr, sehr wenig Leistung gehabt haben, haben wir jetzt mal gedacht, jetzt schließt du einfach mal die Kabel falsch an. Das heißt hier, schließt jetzt einfach mal auf Braun-Blau und auf Blau-Braun. Und siehe da, die Pumpe hat jetzt Leistung ohne Ende. Also dann kann das eigentlich bloß so sein, dass da irgendwas in Kabelstrang werkseitig falsch angeschlossen worden ist. Weil normalerweise mache ich da immer die gleichen Farben zusammen. Ich kann euch das jetzt einmal kurz zeigen. Das ist echt erstaunlich. Also langsam verliere ich echt einen Verstand mit der ganzen Wohnmobilerei. So, jetzt haben wir erst einmal hier den Anschluss Küche. Voll, aber wirklich bestimmt 30% mehr Leistung wie davor. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Toilette, weil die ist nämlich der Überhammer. Ja, viele von euch kennen ja das Problem in der Toilette, dass das bloß immer so ein bisschen ein Gebiesli da drinnen gewinnt ist. Ich mache mal den Deckel hoch und schaut euch mal jetzt die Leistung an. Also wirklich Wahnsinn. Der kommt sogar bei Schiefstand außen komplett rum. Sehst du das? Also Wahnsinn, was jetzt wirklich Leistung da dahinter steckt. Jetzt probieren wir nochmal kurz das Bad. Ich sage nochmal kurz das Bad. Auch hier wirklich Leistung ohne Ende. Und jetzt machen wir nochmal kurz die Heckdusche. So, jetzt ist hier die Heckdusche, die hat der Vorbus ein bisschen gepieselt. Und die ist jetzt wesentlich stärker. Also wesentlich stärker. Man muss also tatsächlich die Kabel verkehrt herum anschließen. Also sowas ist mir ja auch noch nicht passiert. Also Leute, jetzt habt ihr es einmal selber gesehen. Ich habe tatsächlich die Kabel verkehrt herum anschließen müssen bei der neuen Pumpe, dass sie mehr Leistung hat. Wahrscheinlich war die Originalpumpe-Abwerk auch schon falsch angeschlossen. Man mag es nicht für möglich halten. Aber wenn bei unseren Wohnmobilen etwas nicht so funktioniert, wie es soll, dann probiert es einfach mal das Gegenteil aus. Vielleicht bringt es ja bei einem oder anderem auch was. Und wenn es ja meint, ihr habt auf einer Wasserpumpe zu wenig Leistung, probiert es einfach mal, dass es blau auf braun und braun auf blau schließt. Vielleicht wird es ja dann besser. Also es ist echt Wahnsinn. Jetzt habe ich das Teil bestimmt drei Jahre habe ich ihn jetzt schon fast und immer wieder unerklärliche Sachen bei unseren Etrusco-Wohnmobilen. Wirklich gigantisch. Hätte ich das nicht einfach mal aus Just-Verfahren ausprobiert, damit ich die Kabel mal verkehrt anschließe, hätte ich wahrscheinlich mich mit der geringeren Leistung zu der Originalpumpe abgefunden. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich total zufrieden. Bestimmt 30 bis 40 Prozent mehr Leistung auf der neuen Pumpe. Absolute Kaufempfehlung jetzt. Vor zehn Minuten war ich ja noch ganz, ganz anderer Meinung. Also Leute, wie gesagt, wenn bei unseren Wohnmobilen etwas nicht so funktioniert bis soll, probiert es einfach mal das Unmögliche, weil mir fallen mir jetzt wirklich echt die Worte mit der Anschließerei. Aber ja, letztendlich ist es ja gut, dass es jetzt funktioniert. Und das Fahrzeug ist jetzt ja fast schon urlaubsbereit. Bald geht es wieder weg im Urlaub und dann gibt es ja wieder mehrere Videos über Camping. Also Leute, wenn ihr Fragen trotzdem habt, schreibt es mir so unter dem Video. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles unter dem Video, wie Sicherungen und Pumpe. Ich wünsche euch noch was. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Video.